So, hallo und herzlich willkommen in der faszinierenden Welt von EES, Equilibrium State. Wie du siehst, bin ich hier gerade selbst auf der Liege. Viele meiner Klienten fragen mich immer so, Herr Beckmann, was machen denn Sie für sich? Ganz klar mache ich natürlich Methusel im Code. Das sind natürlich meine Übungen, die ich für meinen Körper mache. Aber dann und voran lasse ich mich auch immer mal von einem meiner Schüler bearbeiten. Das ist in diesem Fall der Sebastian. Darf das machen. Unser Mann für Köln, ist natürlich hier um die Ecke für mich. Das zeigt natürlich auch, dass ich großes Vertrauen in meine eigene Ausbildung habe. Weil sonst würde ich die Menschen nicht an meinem Alabaster-Astralkörper arbeiten lassen. Aber das ist halt ganz wichtig. Das heißt, ich habe zwar keine Beschwerden. Also ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt sage, uh, ich habe irgendwie Aua und deswegen muss ich noch meine Sitzungsserie nehmen. Aber so ein bisschen wie so eine Art Wartung, Körperhygiene, macht das natürlich Sinn, auch als EES-Klient mitunter und tatsächlich dann nochmal ein paar Jahre nach seiner Sitzung oder sowas durch das vielleicht nochmal eine Serie anzuhängen, um einfach so kleine Studerigkeiten des Lebens da wieder rauszumachen. Ja, wir arbeiten noch ein bisschen weiter. Wir sind in Sitzung 1 tatsächlich. Wir machen hier gerade Gummiarm-Technik unter der Liege. Und ja, das war es eigentlich. Genau. Ganz wichtig, wenn du nicht die Möglichkeit hast, einen Practitioner für dich ranzuschnappen, der hier so deinen Körper pimpt, falls du suchen möchtest, ich verlinke dir das mal, gerade keine Handfrei, hier unten unter dem Video. Kontaktdaten von den Leuten, die es jetzt schon in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt. Wenn du sagst, das ist geil, das möchte ich auch gerne mal bei Menschen machen, die so flexibel und beweglich hinkriegen, dann schau dir auch unter dem Video mal in der Beschreibung die Infos zum Quick-Seminar an. Da lernst du nämlich auch, wie du das hier machen kannst und kriegst dann logischerweise natürlich selber auch eine Sitzung. Und wenn das alles nicht hilft, wenn du keinen hast und nicht hinkommen kannst und sowas, dann checkt ihr den Methusel-Code hier unten runter, das Webinar und macht die Übung, die ich auch mache. Auch damit kommst du zu so einem Körper, kriegst da die coolsten Tipps, Tricks und Hacks. Natürlich geht es mit so einem Körperkneter-Faszien-Spezialisten am Körper ein bisschen schneller, aber man kann auch so an sich arbeiten. Also in diesem Sinne, schön, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Kanal. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.